Hallo, mein Name ist Vanessa Schmielatz. Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Rewe-Markt Lauer in Hampel Reyes. Ich bin die Auszubildende hier und bin momentan für die Fischtheke zuständig. Unsere Fischtheke ist 2,50 Meter lang, ist zwar nicht die größte, wir haben aber eine vielfältige Auswahl an Fischsorten. Circa 60 Stück von Fisch, Frischfisch bis hin zu Salaten und Räucherwaren. Wir haben unter anderem exotische Fische wie den Red Snapper, das ist ein atlantischer Fisch. Wir haben Konsumfisch wie zum Beispiel den Pangasius, der ist eigentlich das gängigste Fischfilet. Unter anderem haben wir an Räucherwaren zum Beispiel geräucherte Makrele, geräucherte Forelle. An Frischfischsalaten besitzen wir den Bogen-Hering-Salat, Schrimps-Cocktail Calvados, wenn es ein bisschen mit Schuss sein muss, oder halt auch einen leichten Fisch, zum Beispiel den Sünter-Hering-Salat. Durch Schulungen und Seminare haben sich drei Mitarbeiter von unserem großen Thekenteam auf Fisch spezialisiert. Dadurch, dass wir die freie Handhabe über unsere Fischteke haben, sind wir an keinerlei Fischsorten gebunden und können täglich wechselnde Fischprodukte in unser Sortiment auslegen. Durch Aktionen wie Showcooking haben unsere Kunden die Möglichkeit exotische Fischprodukte zu probieren und zu verköstigen, wie zum Beispiel den Papagei-Fisch. Unser Motto lautet jeden Tag ein bisschen besser und das erfüllen wir jeden Tag aufs Neue. Untertitelung des ZDF für funk, 2017